Und ich sage Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge Gotham Knights. Ich bin euer Dennis aka IDK Gaming4U und wir kämpfen gegen Harley. Finaler Bosskampf, schön dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe gerade schon eine Stunde meines Lebens verschwendet, um sie nicht besiegen zu können. Mal gucken wie es diesmal läuft. Ich freue mich, dass ihr auf jeden Fall eingeschaltet habt. Lasst mir doch gerne einen Like und einen Kommentar kostenlosen Abonnenten. Oder noch viel cooler. Auf jeden Fall unbedingt. Ja, dein PSM Discord Namen. Denn dann können wir nämlich auch gerne das Game mal zusammenspielen. Ist mir nicht eben überhaupt möglich. Dann können wir die Bitch vielleicht ja gemeinsam besiegen. Nope. Und dass die Schwierigkeit ist, sie wirklich da in den Strom reinzukriegen. Sie ist, macht das gut. Sie ist halt immer wieder weg vom Strom. Du bist nicht schnell genug, Mann. Und es zieht halt nichts ab, ne? Meine Schläge ziehen nichts abgeführt. Bleib da hinten. Und rein mit dir. Zack. Drauf. 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 Seht ihr das? Ich ziehe halt quasi nichts ab. Puh, gut, dass ich mal schnell legen getriegt habe. Ja, drauf wird's da. Geil, Alter. Sie geht aber auch nicht daheim. Wie viel Kriege mit der Bitch. Geil, die Fetze. Da rein geht's. Ja, schau, sie sagt schon. Nö. Da zieht kein Backdorf. Ja, da zieht kein Backdorf. Ich bin ein Backdorf. Bittscher, Bittscher Ey, ich geh die und geh die und geh die, das ist echt krass Fick die Schale Und ich hab natürlich jetzt nach einer Stunde kämpfen gegen sie, alle Angriffe drin Aber ihr seht es, manchmal mach ich trotzdem die Mist an Okay Okay Und ich hab Nö, sagst du. Oh, fuck you. Diese Huren schuld, ne? Die haben mir schon das ein oder andere Mal das Leben geflosselt. Ich will jetzt wirklich vorsichtig sein. Woll, ab jetzt wirds krass. Sie hat nicht mehr viel Leben, ich hab nicht mehr viel Leben. Ich hab nicht mehr viel Leben geflossen. Man, in den scheiß Strom. Ich hab nicht mehr viel Leben geflossen. Ein Fehler und der Kars ist gessen. So, also, vorsichtig. Nein, nein, ich springe. Ich springe und ich springe und ich springe. Schaut euch ihr Leben an. Ich könnte ausrasten. Alter, ich könnte ausrasten. Und das ist jedes Mal so ein fucking ellenlanger Kampf. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Fick dich! Kami! Fuck you! Das ist dauernd... Ein breitige Fotze, Alter. Ah! Zu langsam! Fär ist hier zu langsam, Alter! Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. wohl eher nicht doch rein da du schlampe dann bleibt sie da kurz davor stehen ja, schiebt sie mich auch hier ach fack ihr hat sie mich gefeucht ja, zack, nochmal schnell genug ah, du bist nicht schnell genug Mann, das ist so schrecklich ha 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 so, greifen und darüber so wird nämlich ein Schuh draus das Problem ist nur kriegst sie nicht mehr ha 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 Oh fuck you, hat sie nicht erwischt. Da rauf, da rein war. Da. Gott sei Dank. Komm schon, auf geht's. Komm schon. Komm schon. Komm schon, auf geht's. Komm schon, auf geht's rein da. Das darf nicht wahr sein. Was ein harter Kampf. Komm, läufig das. Alter. Erstmal die Kamera wieder richtig schön einstellen. Ich weiß, wenn nichts passiert. Sei schneller. Sei du doch langsamer. Zack. Komm schon, komm. Ja, endlich. Alter, endlich. Fuck. Du hast doch geschummelt. Ja, endlich. Meine Güte. Hahaha. Was für harter Kampf. Und, und, und. Er hätte mich persönlich nach Blackgate zurückgebracht. Die Artikel, Mac. Ja, klingt ganz nach Batman. Alter. Alter. Aber ich glaub, du hast es langsam raus, Verbrecher einzulochen und so. Ah, ja? Ich hab eine volle Zelle und die Sanitäterin hasst mich. Ich schieb alles auf dich, ja? Also machen wir es wie sonst auch. Lass das klug scheißen. Das macht mir noch wochenlang Kopfschmerzen. Hahaha. Hallo. Hat kein Möchst, ob sie glaub gesiegt. Sei froh. Ach ja, mein Schreibtisch ist voller offener Fälle mit. Verdammt nochmal. Hahaha. Sag das weiter, Clown Girl, dann kneble ich dich. Pssst. Hahaha. Perfekt. Und wir haben zum Glück eine neue Truffel gekriegt, die da heißt Gesundheitswesen. Alter, 168 Gegner besiegt. Was ne Nacht. Spinnst du, hä? Sehr schön. Danke, danke. Willkommen. Ich bin auch froh wieder zu Hause zu sein. Und wo ist Alfred? Wir reden mal mit Alfred. Eine Superhirn, das als Dr. Q eine pseudowissenschaftliche Sekte anführt, wurde in Polizei gewahrsam genommen. Quinn wird beschuldigt, Neuroimplantate, die die Impulskontrolle manipulieren unter die artlose Öffentlichkeit zu machen. Okay. Mit ihm kann ich also nicht interagieren. Pssst. Quinn angeblich Einwohnergottes. Ich kenn mein Fahrrad. Oh, was? Oh, was? What the fuck? Die sieht cool aus. Bisschen old school. Sehr schön. Nices Teil. Uh, das ist das Motorrad. Ja, jetzt haben wir das erledigt. Und weiter. Gut. Weiter passiert nichts anscheinend. Dann sag ich danke fürs Einschalten an der Stelle. War nur eine kurze Runde, aber ich brauche erstmal eine Pause. Also habt bitte Verständnis und Mitleid mit mir. Und danke fürs Einschalten. Gerne Like, Kommentar, kostenloses Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.